moin moin hier ist es hier ist es ja ja genau hier ist es wieder die sechs ja was soll ich sagen letzte runde ganz knapp gescheitert gut aber was soll ich machen get ready get ready get ready Get ready. Zuh! Guys? Handled it. Handled it. Gut. Da der Ninja eine weitere Weiche hatte, kann ich den auch jetzt ein bisschen runtersetzen. Sehr schön. Gut. Haben wir es doch dann doch geschafft. Soooo... Soooo... Einmal Ninja. Ninja. Glue. And take Shooters. Okay. Hab ich. So wie in der ersten Folge gucke ich bei Phoenix rein und baue ein bisschen was nach. Und kaufe einen anderen Archimisten. Und kaufe einen anderen Archimisten. Okay. So. 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 Okay. Ah, ah. Okay. Bei einem anderen... Okay. Okay. Nice. Okay. Okay. Aber... ... 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 Ich weiß natürlich nicht. Wie teuer ist denn so ein Ding? 50.000? Schauen wir mal in welcher Runde er das macht. In Runde 54, da wäre ich jetzt. Get rekt. Handled it. Get rekt. Ja, ist ein bisschen später, aber gut. Weil ich habe jetzt beide Farben ausgebaut. Now bow a boat. Get rekt. Ich habe das alles viel zu spät gekauft. Na gut. Aber. Gut. So, das Boot haben wir. Turn off and we see you in a round. 60. Okay. Ja, ich habe das Gefühl, ich habe zu wenig Geld, aber gut. Sell the sub. Okay. Den Alchemisten. Die beiden Ingenieur. Den Wizard. Und der Spike Factory. Okay. Was ich jetzt sehe, ist, wir werden es wahrscheinlich vom Geld nicht auskommen. Aber gut, wir fangen jetzt erst mal an. Sag ich ja. Gut. Okay, so ist es auch. Gut. Und einen 1.05 Ninja. Ja. Bei 1.05 kriege ich ihn nicht komplett hin. Gut, die lasse ich mal stehen. Gut. So. Genau, da setzt er da unten den 420 Alchemisten hin. Gut. 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 4-2-0, okay. Okay, gut. Angeblich soll er jetzt laufen. Handle das. Immo gegen Magie. Executing hack. Uh, the eyes. Handled it. Okay. Gut. Good. Gut. 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 Selveninia! Tech-Shooter! Und den Alchemisten! Okay... Habe ich gemacht, okay... Er hat jetzt 537.000... Eieieiei... Ah... Gut... 5... 520... Kann ich mir noch nicht leisten, okay... 025... 025... 025... 025... 025... 025... 025... 025... 025... Get rekt Oh yeah Uh, guys handled it Uh, guys Handle it Get rekt Handle, level up Uh, guys Get rekt Uh, guys Es kann gut möglich sein, dass ich zu wenig Geld habe Für Runde 80 Get rekt Handle it Weil ich glaube, ich brauche 250.000 für den Paragon Handle that noch ein, dass sich die Ventil das Handle this. Awesome. Uh, guys, get rekt. Gut. Ja, 191.000 ist zwar nicht viel, aber gut. Plays the supermonkey. Tschüss. Wie bekomme ich denn heraus, ob die in der Range von den Booten sind? Aber gut. 4-2-0, ok. Weil ich glaube das eine Boot war in der Range. Ich denke... WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Jetzt ist natürlich die Frage... Jetzt kommt nämlich dieses Ding... Weil das kann ich jetzt gar nicht upgraden... Ja, ich mach gerade mal hier... So, und jetzt ist das Geld nämlich alle... noch auch sicher kann... Das Geld ist nicht. Das Geld ist nicht ganz fertig. Nein, wie kann ich das Geld geben? Das Geld bedeutet das Geld. Der Hauptsache, das Geld zu tragen. Aber ich finde, das Geld zu geben. Und wir kochen große Geld. Du hast hier auf mein Mittel. Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, ich habe keine Ahnung, ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, ich habe keine Ahnung. Ja, das war's. Also, wir können jetzt weiterlaufen lassen, aber ihr seht's ja, oben läuft gar nicht weiter, die Mugi-Magie. Wenn ich jetzt hier noch was hinstelle... Ja, also, halten wir fest, Runde 88 ist doch sehr gut. Schade drum. Ich hätte euch gerne gezeigt, wie ich das schaffe, aber gut. Ich sage trotzdem, Schau mit Frau Robin, wisst ihr, was mir aufgefallen ist? Ich hatte gar keine Lampe an, aber gut. Tschüss.